Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 18. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 8 Technik-News für euch vorbereitet. Es geht um Motorola, um Google, um Radeon, um Hilfstools für Outlooks, um Pinterest, um Squarespace und um Hass im Internet bzw. in Charlottesville. Wir beginnen bei Motorola und die haben ein Konzept vorgestellt für ein selbstheilendes Smartphone-Display. Im Endeffekt soll ein mehrschichtiges Display quasi in der Lage sein, wieder zu seiner Ursprungsform zurückzukehren. Memory Polymer nennt sich das. Um das zu tun, braucht das Ganze nur ein bisschen Wärme. Die soll nicht über den Akku gezeigt sein, keine Sorge, sondern über die Körperwärme des Nutzers, zum Beispiel durch Reibung oder aber über die natürliche Abwärme, die Elektronik ohne dies von sich aus produziert. Wir kommen zu Google und dort gibt es Überarbeitungen bei Google Docs, einige Elemente, die es bisher nur in der normalen Desktop-Variante gab. Wir finden jetzt Einzug in die mobile Variante, zum Beispiel die sogenannten Suggestions, also Änderungsvorschläge. Auf der anderen Seite gibt es generell einige wesentliche Verbesserungen bei der Kollaboration an sich. Entwürfe können, es umbenannt werden, das heißt ich kann quasi in die Änderungshistorie gehen und dort unterschiedliche Varianten dieses Dokument abspeichern bzw. auch unterschiedliche Bearbeitungsvarianten benennen. Auf der anderen Seite gibt es generell Tools zur Bereinigung, neue Templates und so weiter und so weiter. Ein großer Schritt für Google Docs, generell eine sehr nette Software. Ist gut, dass sich da auch noch was tut und man sich nicht auf den Erfolg ausrührt, während alle anderen versuchen dem nachzueifern. Wir bleiben bei Google, kommen aber zur mobilen Tastatur G-Board, die ich nach wie vor sehr gerne einsetze. Dort gibt es jetzt zwei neue Features, vor allem was jetzt quasi Grafiken betrifft. Einerseits können jetzt eigene Sticker-Packs eingebunden werden, so wie wir das von anderen Tastaturen oder Messagern kennen. Auf der anderen Seite kommt jetzt dort auch die Unterstützung für Bitmoji. Wir kommen zu Radeon und die haben ja neue Grafikkarten, die Radeon Rx Wegerei, die besonders bei Krypto-Minern sehr beliebt ist. Dort ja auch für einen, ja, durch die Krypto-Minern-Szene, vor allem bei Ethereum, sind die Grafikkartenpreise sehr stark angestiegen und Gamer hatten irgendwie keine Chance, in die Dinge zu kommen, weil die ganzen Miner die irgendwie gekauft haben. Da gibt es jetzt einen neuen eigenen Treiber, der quasi die Leistung der Karten gerade beim Minern erhöht. Interessant, dass AMD so auf die Verwendung ihrer Grafikkarten unter Anführungsstrichen eingeht und das Ganze sogar noch fördert. Wir kommen zu Outlook auf dem Mac und dort gibt es eine große Reihe an Hilfstools. Etwas überraschend hat Microsoft hier einige vorgestellt. Zum einen die Outlook Search Repair Tool oder App quasi. Damit lassen sich quasi die Suchindexe des Mail-Programms ändern oder wieder reparieren. Die Outlook Reset Preferences App, damit kann ich immer meine ganzen Einstellungen mal zurücksetzen. Ja, und so weiter und so weiter. Da gibt es einige paar unterschiedliche Dinge, mit denen ich quasi halt Outlook auf dem Mac wieder fixen kann. Ich verwende Outlook selbst ab und zu am Mac ganz gerne, eben aber oft häufig irgendwelche Probleme, die ich dann mit der Software nicht so ganz lösen kann. Und in den Einstellungen gibt es relativ wenig Möglichkeiten, Reparaturen vorzunehmen. Jetzt rüstet daher Microsoft nach und stellt sogar separate Apps vor. Wir kommen zu Pinterest und die haben jetzt auf iOS endlich mal ein wichtiges Feature hinzugefügt. Es ist ab sofort möglich, in der App direkt Bilder zu zoomen, so wie man das auf einem iPhone oder iOS-Gerät gewohnt ist. Heißt einfach quasi mit zwei Fingern das Ganze heranziehen und schon wird es größer. Auf der anderen Seite gibt es auch die Neuerung, dass über eine Browser-Extension für Chrome jetzt quasi das Bildersuch-Feature freigeschaltet wurde. Das heißt, man rüstet auch im Web ein bisschen auf und gibt dort mehr Funktionen wieder frei. Wir kommen zu den, ja, ich sag mal Terroranschlägen oder zu den Ausschreitungen in Charlottesville, die vergangene Woche waren und da gab es ja dann noch eine etwas schwierige Stellungnahme von Donald Trump und das soll es jetzt nicht gehen. Es geht vor allem um zwei News rund um das Thema. Zum einen hat Squarespace sich dazu entschieden, Webseiten, die quasi ausländerfeindliches oder rechtes Gedankengut hosten, in ihren Service von ihrer Plattform zu schmeißen quasi, also deren Webseiten aus dem Netz zu nehmen, insofern sie das dann können. Insgesamt, ja, spannende Theorie, spannende Möglichkeit. Da es quasi gegen die Nutzungsbestimmungen verstößt, ist das natürlich tatsächlich möglich. Trotz allem finde ich es relativ interessant, dass sich hier Serviceanbieter quasi zur Inhaltsprüfung mehr oder minder selbst freiwillig melden. Ich bin gespannt, was das nach sich zieht. Auf der anderen Seite eine wahrscheinlich wesentlich effizientere Maßnahme. Tim Cook hat sich bereits Anfang der Woche, das ist der Chef von Apple, auf Twitter zu den ganzen Themen geäußert und seine Meinung kundgetan, auch gegen Donald Trump. Da war er teilweise überraschend scharf für seine Verhältnisse. Jetzt gibt es ein paar Reaktionen. Apple selbst spendet 2 Millionen Dollar, ruft zu einer Spendenaktion mehr oder minder auch auf und hat auch die Apple Pay Möglichkeit für Organisationen, die rechtes oder rassistisches Gedankengut unterstützen, gesperrt. Das heißt, man kann quasi nicht mehr mit Apple Pay irgendwie in diese Richtung Geld kippen. Ja, auch eine interessante Möglichkeit, denen den Geldhahn abzudrehen, auch wenn Apple Pay natürlich jetzt nicht das Hauptzahlungsmittel sein wird, ist auch durchaus eine recht interessante Variante. Generell kann ich sehr begrüßen, dass Apple sich da auch in dieser Hinsicht engagiert und vor allem, sagen wir mal, Spendengeld sind ja besser als gar nichts. Ja, in diesem Sinne, meine Lieben, das war's für diese Woche mit der Daily im Geek Talk. Nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. Dem Martin geht es immer noch nicht ganz gut. Ich darf aber zumindestens mal vermelden, da er das auf Twitter auch schon geteilt hat, öffentlich, kann ich sehr auch sagen. Er ist auf dem Weg der Besserung, er hat das Spital gestern verlassen und es geht wieder aufwärts. Das ist mal das Wichtigste. Es wird noch einige Zeit dauern. Achim und ich versuchen zumindest so lange wie möglich, so gut wie möglich, die Fahlen hier hochzuhalten. Dementsprechend ab nächste Woche ist der Achim für euch da und wieder Daily geht es natürlich wie gewohnt weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao. Hört mehr Geek Talk.